Alter, was ist das denn hier, ey? Lass mal bitte, Rainer, das sieht so geil aus, als ob ich's... Also bei mir, bei mir hast du nur das Kopf in meinen Karten, der rechnet bei dir im Boden. Das sieht bei mir auch exakt so aus, ey. Oh, Reinhard, hallo. Hallo. Und trinken. Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft, ja. Schön. Das ist doch toll. Si, si. Hab ich endlich mal was vor dem Intro. Edward. Hauptsache, er klaut meinen Minecraft, der Arsch. Link, Shift. Noob. Äh, Shift. Ah. Nein, er fährt, äh, lässt es zurückfahren, der Affe, hey. Gar nicht wahr. Ja, jetzt kommt er wieder an, hier, hier. Weißt du, ist das Fall Asi, wer? Hm? Was ich zurück schubsen würde. Dann, 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 dann. Fick dich. Ich krieg das. Ja, ich krieg das. Nein, das ist. Ich kann ihn lieber auf den Server joinen, danke. Ja, im Arsch. Ja, Flying ist halt not enabled, ne? Fick dich. Biologisch unmöglich. Ach, du kriegst das schon hin. Du bist biologisch unmöglich. Ey, scheiß jetzt, das steckt. Wow. Ey, du hast mit mir grad da am Boden gesteckt. Ich seh dich gar nicht. Bei mir hast du am Boden gesteckt und auf den Boden geschlagen. Ich hab auf den Minecraft einge... Alter, was ist das denn hier, ey? Was? Lass mal bitte, Rainer, das sieht so geil aus, als ob ich's... Also bei mir, bei mir hast du nur das Kopf im Minecraft und der rechte bei dir im Boden. Das sieht bei mir auch exakt so aus, ey. Ich kann grad mal so über den Minecraft ran gucken. Alter, das sieht aus, als ob ich einen halben Meter groß wäre. Mal raumen, ey. Lass doch. Das ist unwitzig, ey. Keine Lillipotana ärgern hier. Alter. Boah, jetzt ist das Kacke hier. Alter, sieht das scheiße aus, ey. So, der Lillipotana muss jetzt hier aus dem Minecraft... Warte, 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 warte. Oh. Oh. Scheiße, Minecraft, ey, verbuggt. Kaum. Das sah jetzt so witzig aus, ne? Als ob ich wirklich nur so einen halben Meter groß wäre. Komm, komm, flieg doch jetzt einfach schnell rüber. Elender nicht. Ja, ich krieg wieso schon immer Ärger, dass ich cheate? Willst du dir mal die Windmühle ansehen? Ja, mach, mach ich schon mal. Die ist auch sehr voll. Nö, aber guck mal unten. Geh mal runter, die Leiter. Ja, klar. Nö, wir kommen auf den Weg. Also, dann geh mal den Weg entlang. Ha, lo. Äh, selbst ausgekloppt, äh? Alles selbst angelegt, doch. Der ganze Übergang von einem Einberg zum... Ja, das hier ist jetzt ein Zentrum. Vom Schloss zum, ähm... Und zum Mühle, der Übergang, dann hab ich selbst angelegt. Hm, damals hatte ich nen Fly-Mod drin. Und dann hab ich mich alle beschimpft. Hier mit, äh, das war damals noch mit... X-Ray. Genau. Cheetah! Cheetah haben sie mich genannt. Cheetah! Deswegen fahr ich jetzt mit dem Boot. Ja, mit dem Cooter. Boat. Steht ein Mann am, ähm... Hamburger Hafen, fragt ein Seemann. Ja, äh, also fragt der Mann den Seemann. Wie oft geht so ein Fisch-Cooter im Schnitt eigentlich unter? Ja, ja, fast im Dorf. Wo bist'n du überhaupt? Ah, ey. Ich weiss nicht wo! Immer geradeaus von dort aus, wo... Von, äh, äh, in Richtung des Steges, so. Ja. Also fragt der, äh, Tourist den Seemann. Ja, wie oft geht so ein Fischkooter eigentlich unter im Schnitt? Ne, da, seh man, nur einmal, ha! Der Witz ist doch scheiße schlecht. Das ist schön gut. Ne, nur einmal, ey. Jetzt singt er, ey. Das passt gar nicht zu der Sexistripp-Musik, die ich hier gerade hab. Ja, genau. Zieh dich aus. Mach dich nackig. Das geht nicht mehr. Ja, sie mal Rüstung ab. Bin ich doch schon. Reinhard, pack deine Brüste ein. So, und jetzt voll kann er auf den Soul-Send und... Ich mag... Bäm, ist wieder Schaden kassiert. Ja, hab ich hier am Strand. Da geht das Boot nicht kaputt, wenn man drauf fährt. Bei mir warst du gerade nämlich mitten im Wasser drin. Du bist gerade dahinter beutiert, das einfach richtig gut. Ne, deine Mutter legt. Du legst. Die kannst auch... Ja, die kannst auch stimmen. Ey, hier, guck mal, hier hol die Bücherregale und dann kannst du ja... ...möbelieren. Ernsthaft. Ma, ich hab Behutsamkeit, du Affe. Die sind teuer. Trotzdem sind sie teuer. Ich wusste, dass du dir jetzt denkst. Mach, warum stell dir die da einfach hin? Ich hab gar nicht gedacht. Ich tu nur so. Ma. Minecraft Dorfbewohnergeräusche. Ich will wissen, was, ähm, Enderman, also die Geräusche vom Enderman, das sind, ähm, Hello, Good Eye und sowas, alles rückwärts gesprochen und verzehrt von den Entwicklern von Minecraft, die Stimmen. Wer hat diesen Dorfbewohner aber gesprochen? Golov. Dorfbewohner, die ist jetzt so fertig in der Birne. Da, da, da sieht sogar nice aus hier mit dem Bücherregal jetzt. Alter, siehst du das Baumhaus jetzt gar nicht, glaub ich zieh hier hin. Sag ich doch. Hier hinten hast du eine kleine Studentenküche, ne? Bitte. Braust du jetzt nur noch einen kleinen Kessel? Nö, lass mal. Theoretisch kann es dann nur als du das ganz oben machen hast und das oben auf den Baum stehen. Machst du das kurz? Ach, ich mein, hast ja nur zwei Stunden Zeit. Nein. Drei. Okay. Bisschen. Ja, ich müsste aber erstmal noch ein bisschen Holz fahren, weißt du? Komm. Das wär, sieht bitte leicht scheiße aus, denk, glaub ich. Ich, ich weiß grad nicht, was ich tun soll. Sorry, Leute, ich springe wieder in den Gegendraum und weiß nicht, was ich tun soll. Das ist das Problem an dreieinhalb Stunden. Ich bin froh, dass... Ja, in real life wüsste ich was, aber in game nicht. Also jetzt in game oder real life? Ja, genau so. Ich mach kurz facecamere und bam. Also ich hab jetzt gedacht, du würdest von deinem Computer auch umspringen und... Und ich glaub, du bist grad gebockt gegangen. Das wird jetzt ganz Sinn. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Jo, ho, ho, ne Buddelfarum. Jo, ho, ho, ne Buddelfarum. Ja, genau. Ja, ich bin ein Pirat. Also der Klavierpirat. Äh. Kavalier. Ja. Ja, 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 ja. Einmal Kiel holen. Boah, das muss ich mir merken. Ja, siehst du. Wenn ich mal wieder mit dem Sky oder was... Und ich irgendwie die Scheiße verzappte oder eher sag ich einmal Kiel holen. Boah, ist das gut, ey. Das ist jetzt so ein Witz, wo ich mich drauf freue. Den zu machen. So. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, was man noch für so ein Dörfchen machen kann? Mit einer Eisentür? Okay Ein Puff aus Sandstein Ne, der kommt dann hinten zum Beleuchtturm Der Puff mit Sandstein Okay, gut, das passt sogar noch Mist Ich such mal kurz Sandstein Hab ich noch welchen? Oder hab ich den? Machst du jetzt ernst heute? Ne, das ist der Leuchtturm, den brauch ich zur Orientierung Ich weiß, ich weiß, da ist so ein Turm aus, da kann ich schnell abbauen, wenn du willst Ich mein, wieviel Platz braucht eine Note? Ach Warte mal, ich möchte jetzt mal kurz was wissen Frag Dayton, also Ich öffne jetzt mal kurz den Turm, der Part ist gleich vorbei, aber ich schaffe ihn noch Geh auf YouTube German Dayton LP, gibt es den denn noch? Oh, hier ist keine Werbung Oh Oh, CCB Coaster Didu, das Mädchen Ist in RISX gewesen Wir von McCain wissen Keine Foto Äh, der hat das Äh, einer kleine Dorf gebaut Jo Ne, FTPler ist der doch Der hat irgendwie immer allein gespielt, oder so Du meinst den Nazi? Alfredo Lenzen Der, der Ja, den kenn ich gar nicht Ja, ja, den Hä? Fast FTP Achso, ähm Das ist doch NSDAP, oder? Oder, äh, in dem Fall, jetzt, äh, rechte Partei, wie heißt die noch? Nee, ist, 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 ist der Ort, so glasper Ja, du meintest doch, das wäre ein Nazi, aber ich sagte da, nee, der ist von der FDP Ja, ja, was? Hä, nee, der war doch immer von der FDP, der hatte doch immer so ein Skype-Profilbild, wo er mit, keine Ahnung, wie du Westewelle rummacht Ist er aber N-Nein, Skype-Profil Ja War halt ein Skype-Profilbild, wo er neben Guido Westewelle stand und, äh, dann irgendwie noch so ein Schriftzug, der unsere Jugend ist Zukunft Ey, wenn du rummachst, sag Und er meinte, das wäre er Leute, wir unterhalten uns hier über Leute, die keinen Schwein kennen Boah, wenn ihr das seht, ne Die hatten doch immer Grasboden, die Puffs, oder? Jo Ja, komm, gut Dann geh ich mal kurz zum Sandsteinbruch, ne Du kannst hier derzeit mal ein Haus bauen im Dorf Nee, ich bin Sandsteinbruch Ich bin ganz nice, such dir einen schönen Ort aus Ich weiß es gar nicht Nee, erstmal ein kleines Haus, bitte Irgendwo, dass, äh, dass du zum Dorf passt, vom Style her Und dann, wenn ich den Sandsteinbruch fertig hab, können wir gemeinsam eine Drahthaube bauen Das wird dann Palast ähnlich So, ich laufe jetzt noch kurz zum Sandsteinbruch hier hinten Den kennt auch kein Schwein von euch Ich wette es mit euch, weil ich da vor 100 Parts mal war Hier hinten ist er Der Der ist hier, schaut mal Den habt ihr wahrscheinlich im Map da noch gar nicht gefunden, weil ihr hier gar nicht hergegangen seid, ne Ich kenne ihn sogar, also Ich reise doch genau München, alle anderen Zuschauer beleidigt, damit ist ein schönes Ende für den Part geschaffen Ich würde mich dann auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen Vor allen Dingen wegen der Beleidigung am Ende nochmal, ne Und einen Kommentar, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Tschüss Habts eher hustet